Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu PharmaRama. Ja, es ist wieder 24 Stunden so vergangen oder mehr. Ja, gestern, als ich das Spiel, also nicht das Spiel, hier eine Folge wieder aufgenommen hatte, hatte ich ja, hatte ja Deutschland gespielt und die hatten im Jahr 1 0 gegen Nordirland gesponnen. Das heißt, die sind im Achtelfinale. So, dann wollen wir mal gucken, was erwartet uns hinter Muschelnummer 21. Wow! Rätselstallschwarm. Nicht schlecht. So. Das war es ja eigentlich wieder mit dem PharmaRama-Video von meiner Seite aus. Aber... Noch ist es nicht vorbei. Wie ihr seht. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen ernten. So. Macht immer noch. Egal. Wow, hier kann ich auch schon wieder anfangen. Äh, okay. Na egal. Habe ich was für morgen? Habe ich wohl vergessen. In der Eile. Egal. Egal. So. Jetzt kann ich den Papageien aufbauen. Aber bevor ich das mache, eben noch schnell das hier machen. Hier drauf. Ja, letzte Woche hatte ich den mir ja geholt. Durch Turbgulden, die ich durch, ja, Cash-for-Action erhalten habe. Oh, jetzt kriege ich 800 Erfahrungspunkte. Mhm. Hm. So, Wachstum wurde erhöht. Schnelle Produktion deiner Bäume. Da. Ah, jetzt. Mhm. Ah, das bezieht sich auf noch nicht geerntete. Also um 10%. So. So, den noch eben. Da hatten wir doch noch einen Baum. Irgendwo. Atlas-Baum. Ah, der Goldregenbaum war das. Hm. Hm. Ach. Kann ich abliefern. Oh, ja. Das mache ich mal eben. Kriege ich mal wieder ein paar Sternchen hier. So. Haben wir die auch abgegeben. Skurrile Alchemie. Hm. Haben wir hier noch was? Nee. Mhm. Vampy. Aber ich will den hier. Aber ich brauche noch mehr Tiere. Also den Tiger und so könnte ich schon mal abgeben. Mach ich aber noch nicht. Vor allem, weil ich den Casio-Baum für diese Questreihe noch brauche. Hier habe ich genug Frösche jetzt. Ah, der Dachs, der fehlt mir immer noch. Flotter Otter. Ey, da habe ich ja noch nicht mal eine Stufe fertig, ey. Pokernacht. Ich habe noch so viele offene Farben, mal ein Quest. Naja. Was soll man machen? Hm. Überleg, überleg, überleg. Naja. Ist jetzt auch gegangen. Ich muss mehr reden. Da hat mein Chef recht. Und ich muss also auch gut erklären können. Da tauche ich. Ich kann mir vieles merken, aber ist dann wieder zu dem Wort, mit eigenen Worten dann wieder zu geben. Das ist dann ein Problem. Also, ich kann mir noch. Ich muss mich bessern. Aber das hat jetzt nicht. Okay, das hat jetzt auch hier mit meinen Let's Plays was zu tun. Da muss ich auch noch aus mir herauskommen. Ja. Und das wird in den nächsten Tagen passieren. Komm, wer was wollte. Also. Ich sage mal jetzt. Bis zum nächsten Pharma-Rama-Video. Euer Korganto.